Die Fels-Penstreu an GmbH ist eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die sich seit 1999 auf die Verwaltung von Unterstützungskassen spezialisiert hat. Wir haben derzeit mehr als 20 Unterstützungskassen in der Verwaltung mit ca. 10.000 Leistungsanwärterinnen. Darunter fallen Einzelunterstützungskassen, Gruppenunterstützungskassen, Konzernunterstützungskassen, aber auch Versichererunterstützungskassen. Hinter der Verwaltung steht ein Kompetenzteam aus erfahrenen Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern, Diplom-Kaufleuten, Diplom-Mathematikern, aber auch Betriebswirten betrieblicher Altersversorgung. Jede Position ist bei uns mindestens doppelt besetzt, sodass wir auf jede mögliche Anforderung schnell und rechtssicher reagieren können. Das sehen wir als unser Alleinstellungsmerkmal. Für Beratungsgesellschaften und Initiatoren gründen wir gerne Unterstützungskassen und verwalten diese maßgeschneidet und individuell. Was ist unsere Blick auf keinen Einzelunterstützungskassen? Vielen Dank.